herzlich willkommen auf meinem kanal leute heute noch mal eine runde deadwood ein bisschen auf den geschmack gekommen interessantes spiel wir wollen das mal auf 20 cent nochmal mit freispiele anzocken 14 euro 20 ich nehme immer die rechte seite schauen wir mal die möhre so läuft ich hoffe euch geht es daran gut der ein oder andere mal treffer gehabt direkt ein shoutout super bleiben die whites in der mitte stehen aber zum teil wenn ihr neu gewürfelt auch nur einmal gehabt ist leider nur mal zwei oder geht auch noch hoch während des shoutouts ist natürlich ein riesen ding gibt richtig schön moneten geiles spiel man schon vielleicht mal einen schönen auftakt da muss man den stern vorne links haben und rechts wie gesagt dann haut da immer neu die whites rein aber das ist aber nicht gut aber jetzt mal vier muss der multiplikator ein bisschen umschöpern auch der multiplikator noch mal weil leider gott ich die spiele gehen zu ende mal acht jetzt könnte kommen kommt 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 schütte die vierte runter lecker schmaus schöner auftakt muss ich sein ja voll letztes spiel guck hier nochmal ein freespin dazu schade letzte runde schöner auftakt 14 euro eingegangen 134 rausgekriegt glaube ich nicht beschweren spiel stark das muss ja auch mal sein ganz am anfang so recht so selten wenn man so sagen darf gerade online dass die dinge am anfang öffnen aber man sieht das ist auch möglich oder anderes so schauen wir mal ob die serie bleibt in der form die serie habe ich ganz früher wo ich angefangen bin mit online habe ich das mal etwas gespielt habe ich dann in der fahrer eigentlich auch gemacht ich weiß gar nicht womit ich in den letzten monaten so untergegangen ist keine Ahnung Leute wenn ihr wissen wollt wo ich spiele schaut gerne nach in meiner WhatsApp Gruppe der Link geht unter dem Video gepostet Leute dort könnt ihr mich auch persönlich gerne mal Fragen ansprechen so jetzt haben wir jetzt wieder zwei Schüsse in den Ofen gehabt hier war nichts aufzprickelnd hier war nichts aufzprickelnd na ok also geht weiter kaum wird es jetzt. ganz schnell zum weg 1 2 1 3 3 4 6 direkt nachlegen. Boah, da wird aber was schlecht durchgedrückt, was ein Abriss. Aber ich hätte eigentlich schon aufhören müssen danach. Die Tour wurde die ganze Zeit lang gehabt, ausgesehen. Jetzt kann ich es überfärftet. Ja, die one ist auch schon gelutscht. Wir können nochmal nachlegen. Schauen wir mal. Ja, ich frisch bin immer gut. Dann haben wir schon wieder die Schirmzug-Frei-Spiele. Durch die anderen Spiele, die dann noch in den Sword-Off. Dann können wir noch kurz zu feiern. Schön. Ah, okay. Dann muss ich die toten Runden von gerade mal in den Hut machen. Da kommt noch ein bisschen her. Mal habt ihr es noch am Wind hier oben. Am Westen, macht gut. Aufgeteilt. Komm rein. Ah. Mal zwölf. Na, okay. 14-41 raus. Gerade die schlechten Rumpfeuer. Die zwei, die ich mal wieder gut gemacht. Schöne Spiele. Das werde ich einen Tag auch mal laufen lassen. Jetzt ohne Freispiele kaufen. Noch eine längere Zeit. Mal schauen, wie er sich da so feiert. Ne, da gibt es noch nichts. Das ist schon ein Barbạch. Ja, da gibt es noch nichts. Es wird noch nichts. Das wird noch verhalten. Ja, da gibt es noch nichts. So, da gibt es noch nichts. Na, das sieht noch nichts. Es ist hier kaputt noch nichts. Hier nochmal nachlegen. Gleich nehmen wir auch mal die linke Variante mit den Hunter Spins. Die werden wir auch noch einmal anlubschen. Da müssen wir das wieder aufsetzen. Boah, mach nicht schlapp. Da müssen wir auch die Gewinner reinkommen, wenn der Multiplikator da aufsteht. Ne. So. Dann haben wir gleich mal die linke Variante. Was haben wir da dran? Ne. Deswegen aber der ist noch schmuck an Nacken. Das war Tote Rose. Aber ist ja nicht schön. Trotzdem war der Lauf ganz interessant. Jetzt nehmen wir die. Da hat man garantiert einen Wald. Nehmen wir schon. 2. 2. 5. Aber ich denke ich muss das nochmal reinziehen. 2. 2. 3. 5. 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 6. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 7. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 10. 10. 12. Das sieht sehr spektakulär aus, aber ich bin ja recht schwach. Gut, dann machen wir noch mal aus und gehen in die ganz Leiner Variante. Da ist nicht die Knie bezogen. Was ist jetzt hier los? Ist ja jetzt ein Abwurzner, oder? Hallo, ein Lebenszeichen bitte. Na, wie plötzlich ruhig nach dem Gewinn da gerade. Das hat gewippelt. Also wenn man das auf Speed hier stellt, dann rappelt der schon ziemlich zügig ab. Ein bisschen aufgefahren, wenn der Blitz da unten ist. Dann geht sehr sehr zügig. Ein bisschen aufpassen, obwohl, ich sag ja, von dem Freispiele einkaufen ist das schon ein guter Kurs hier. Das geht schon auch heute mal ganz lang. Das ist schon gut. Echt. Man kann jetzt auch noch Falsspiele kaufen, kann man da schon in meine Spiele ziehen. Mal sehen, jetzt wird es jetzt interessant, ob er macht noch weiter. Ne. Oh. Ja, komm. Mal 11 ist mir mal geschaffen. Mal 11. Mal alpha. Hatten Abonnenten in Form von Kommentaren in der Unterricht im Spiel ist, ob das heute schon mal kommentiert. Hat echt gehabt, das Spiel ist sehr interessant, Leute, glaubts mir. Weil ein Einkaufen von den Freispielen auch von einem Kurs her recht viel ist. Die letzte Runde Schale mal 11 hätte ein riesen Ding werden können. 14 Euro rein und 74 Euro raus, auch gut. Ja, der haut dann manchmal so kackrund rein, ganz klar, und dann zieht er dann trotzdem noch mal noch gut die Zügel an, aber wie gesagt, ich nehme mir die rechte Gansliner-Variante. Na ja, go! und dann sage ich doch einmal Guille bitte! ja bei vorne steht nichts gutes wie die flinte da gerade mal heftig super also 1 2 runden machen nochmal 4 nito da reicht mir dann ein bisschen wird gewonnen ja leute wie gesagt wenn ihr wissen wollt ihr spiel schaut gerne meine whatsapp gruppe nach der link wird ein kleines video gepostet und da sind die sachen also die versiegelungst gelichtet wo ich dann auch spiele noch 2 fährt heute noch an die nach ich wünsche euch natürlich auch viel glück und ich wie gesagt das spiel wird auch schon lange zu meinen ähm favorik spielen dad wood und keine ahnung oder andere gerne mal ausprobieren damit hat er mich sehr viel erfolgreich von anders gehabt auf kleinen einsetzen natürlich der jetzt hier von 20 cent also nichts kann man an sitzen und ja die runden laufen schon geschmalig das ist ist nicht 14 Euro 16 oder das war gerade der einsatz vom einkaufen der Fahrspiele recht niedrig ja ich wünsche euch noch einen schönen Tag leute und viele gewinner natürlich und wie gesagt schaut gerne meine whatsapp Gruppe rein wir sehen uns euer Popcorn Tschüssi